Klassiker diese Musik okay wir haben ganz viel Strömung den nehme ich mal mit um vorübergehend schneller unterwegs zu sein aber es wird ja wirklich jetzt hier schon vorbei sein ich hatte Angst dass ich zu weit runter gespült werde ich dachte ich würde es noch durchschaffen da ist irgendwas und da komme ich nur als kleiner Mario hin das ist jetzt ärgerlich okay was solls geben wir unsere Powerups auf und schauen nach wow danke ich nehme ihn nicht mal aus Prinzip guck mal weil jetzt wird der mich wahrscheinlich hier töten ne das sind ach das sind andere Fische die sind ein bisschen ich glaube das sind normale Fische die aber ungesprytet sind nicht die die einen verfolgen weil die das sind nämlich die hier die sind auch blau ähhh kaum zu fassen dass ich dafür alles aufgegeben habe da oben war noch was ach du scheiße immer noch falscher Soundeffekt oh es geht hier weiter und Credits Musik ne oh das ist immerhin ganz nett ist das die die ich eben gesehen habe noch ich glaube schon ich glaube wir sind ja hier rein ja das sieht da noch aus ok wir gucken mal Dankeschön und weiter gehts ganz schnell solange ich noch kann ah nicht den Checkpoint ne bitte ok vollbummisch scheint hier eigentlich auch nicht mal so schlecht zu sein wobei ich bin immer noch trotzdem Fan vom Raccoon einfach zu den Gegnern hinlaufen und die wegdashen so wir haben noch ganz gute Aussichten hier wenn wir jetzt schon vier haben so warte mal die eine Röhre ist gelb dann werde ich wohl da rein gehen können ok ok nächster Kampfraum hier komm schon kriegen wir noch einen? nö Raccoonshut wollte ich sagen aber nö wow ah scheiße das wollte ich gar nicht mal aber gut dass wir noch einen Ersatz Atom hier haben ich wusste es oh und ich habe es noch geschafft ich habe schon gesehen so die Münchspur führt mich irgendwo hin da wird eine Yoshikon sein die ich entweder jetzt oder nie wieder kriegen werde ok ach was suche ich denn noch? ich habe alles was ist hier komm ich gehe jetzt einfach lass mich einfach mal kurz genießen dass ich mal einen Augenblick lang nix mehr suchen muss hier sondern einfach ohne nachzudenken durchs Level durchgehen kann oder schwimmen oder was auch immer dass auch immer da noch für Münzen auf mich im Verborgenern warten einfach nur noch durch einfach nur noch durch so so die Zeit wurde ein bisschen knapp was zeigt dass ich viel Zeit in die Lever einstecke um zu suchen überlegt mal oh das hat sogar ein Secret Exit wieder Fish Food Beach oh nein kann er mich da treffen schon? ich weiß es nicht er hat es jetzt nicht geschafft aber oh ne ey das Level und das ohne ohne ein Checkpoint man kann hier so schnell sterben mal eben ich muss hier perfekt durch und ja solche Sachen hier schaffen äh ok hier hätte ich auch kein Problem mit aber wir müssen halt gleich wieder runter ist da irgendwas drin? scheinbar nicht wieso habe ich einfach aufgehört zu fliegen? wow ah blöd ok geht das Level jetzt hier oben weiter oder ist das immer noch alles Teil eines Bonus? Bonus Bonus ohne Yoshi-Coin wohlbemerkt ok ok die Gegner sind davon weg gespawnt und und da sind sie wieder komische Sache ok ey wir haben ja gar keine Zeit mehr warum haben wir so wenig Zeit? ok ja gut das erklärt einiges zumindest wer merkt das selbst die Musik hier schneller geworden ist glaube ich jedenfalls weil wir das Level beendet haben als die Zeit unter 100 Sekunden war und dadurch die Musik schneller geworden ist die wird hier drin dann immer noch schneller auch schneller auf der Overworld selbst ist die Musik übertrieben schneller von dieser oder? Die ist doch schneller doch ok jetzt das gleiche Level nochmal na was heißt das gleiche? hier ist das ja komplett neu ja genau davon rede ich genau davon rede ich wie soll ich denn das hinbekommen? ganz perfekt ohne dass mir irgendwas passiert wenn schon an der ersten Münze scheitert das Ganze jetzt die Musik wieder nochmal es war ein Bug die ganze Zeit und ich habe ja auch versucht schlau zu sein und so zu fliegen und dann schnell zu holen wow wieso hat der aufgehört zu fliegen? das war ein echt mieser Zeitpunkt dafür Yoshi aber selbst Yoshi wird mich nicht retten können wenn ich einmal gefressen bin bin ich gefressen so anscheinend bin ich hier sicher vor dem Fisch gerade noch so ach du Scheiße wie? und Yoshi fliegt einfach unter wie soll ich das denn machen ohne mich treffen zu lassen? das geht doch nicht mal ist viel zu schnell dafür ok wir haben jetzt keine Items mehr ich habe mich nicht gesehen ich dachte ich wäre in der Mitte vom Bildschirm wir haben jetzt keine Items mehr krass ne? ja so ist es jetzt schön ärgerlich schön ärgerlich ja komm schon haben wir nicht schon eine übersehen oder so? hat man nicht eben hier schon ne ich glaube nicht er springt nicht ok aber hatte mal ein gutes Ende genommen sollst du Marvel 64 Musik darstellen? in einer ganz zerstörten Version davon wo ist der Fisch? spawnt er nochmal? war es das mit dem Fisch? ok das kann man hier nicht aktivieren ja wir müssen hier weiter ohne Checkpoint und äh und da ist er wieder das kann halt so schnell gehen ne? ok ich glaube hier bin ich gar nicht mehr so sicher wenn das so weit nach unten geht weiter schön weiter außerdem wieso ist der so gelb licht der Fisch hier? ich warte immer noch auf 2 Yoshi-Coins hier äh ich muss doch nicht da rein ok Leute ich weiß nicht wie aber ich muss da rein alles von vorne wegen dieser Scheiße hier und das wird nicht das letzte Mal sein dass ich an dieser Stelle gestorben bin bin merkt das mal das wird weiter passieren das ist das ist Bullshit dieses Level tut mir leid unter den Umständen ist das ein richtiges Scheiß Level kann man nicht anders sagen so das man kann viel zu schnell sterben für etwas was man sich die ganze Zeit aufbauen muss das ist nicht gut macht auch so gar keinen Spaß um ehrlich zu sein da muss ich jetzt nicht mehr rein da ist ja nur ein bisschen Geld ja nächster Teil wie soll ich denn das da aufspinjumpen und dann da rein ich weiß ja nicht mal ob man überhaupt da rein kann das ist ja nicht mal komplett bestätigt ich hatte Panik ich dachte ich würde den Sprung nicht schaffen musste jetzt sich auch schon dafür opfern ja aber ich muss da rein guck mal der lässt mir ja nicht mal Ruhe ja hier ist noch eine Münze ich kann mal weiter gehen und gucken ob vielleicht doch die Münze noch woanders versteckt sein kann was mir auch viel lieber wäre um ehrlich zu sein ne ich muss da rein oh ne komm fuck alter ok er ist ja kurz weg naja aber da ist ja schon wieder so ich werde jetzt hier an der Stelle nochmal sterben jetzt ok ich habe es geschafft die Stelle nur geschafft ja das Level geht immer noch weiter aber gut wir haben die Yoshi-Coins das ist die Hauptsache Yoshi-Coins sind gesammelt ich muss mich jetzt nicht mehr muss mir jetzt sowas nicht mehr antun aber da rein zu kommen das ist mega Bullshit da ich das überhaupt beim zweiten Versuch schon geschafft habe ganz an einem Wunder weil das mega schwer ist ciao raus hier ok da gehe ich nicht runter ich weiß nicht ob der neu spawn und das tut der auch nö kein Interesse ich werde jetzt nur noch hier raus dieses Level hinter mich bringen und tschüss war nicht so cool leider genauso uncool wie diese Musik am Ende so das ist halt auch ein sehr guter Exit aber das kommt gleich wir sollten uns erstmal an dieses Level hier begeben mal auch wieder genau zum nächsten Mal